Und weiter geht's an dieser Stelle, haben wir das letzte Mal aufgehört und ich bin gespannt, wir brauchen ja erstmal noch mehr Leute, denn wir waren ja zuletzt viel zu schwach, wir sind ja nur mit zwei Manneken erstmal unterwegs und haben es nicht mal geschafft hier in diese Gruft richtig rein zu kommen, weil da eben auch schon Plünderer oder sowas in der Art drin sind. Das heißt, wir müssen erstmal zusehen, dass wir mehr werden. Also, rennen wir los. Keine Zeit zu rasten. Dazu kommt, wir müssen auch zusehen, dass wir unsere Würmer aus dem Gehirn rauskriegen. Oha, was geht da vorne ab? Direkt mal speichern. Nee. Alter Siegelkreis. Na, da grabbeln wir doch einfach mal an, oder? Kann man das untersuchen? Alter, der Helm. Komm, wir grapschen das an. Ich muss es angrapschen? Aue. Mach mal nie ein auf den. A hand? Anyone? Komm raus da, Alter. Stärke, Handpacken und Ziehen. Fingerfertigkeit. Mit einem kräftigen, aber präzisen Dreh versuchst du zu sabotieren. Ich hab nicht wirklich viel Stärke, ne? Kräftigen Dreh. Präzisen Dreh versuchst du das Siegel zu sabotieren. Was auch immer damit passiert, aber das ist eher mein Ding. Toi, toi. Wir müssen ne zwölf mindestens würfeln. Acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ne. Hallo. Yo, moin. Ich bin Gael, aus Waterdeep. Apologies. Ich bin meistens besser in diesem. Alter. Verzeiht, ich bin erst, was eigentlich besser sagt er. Warte, warte, warte. Warte. Auf dem Nautilus-Dingen waren wir, richtig. Auf jeden, ey. Erzähl mal mehr. Erzähl mal mehr, ey. Der eingesetzte Parasit. Reifephase, alter. Reifephase, alter. Uns wächst einfach das Ding. Erzähl mal mehr. Es ist zu beviel. Du bist nicht ein Kleriker, von einem Chance. Du bist ein Doktor? Ein Doktor? Ein Doktor? Ein Doktor? Ein Doktor mit einer Knitzen? Ein Doktor mit einer Knitzen? Alter, wie er drauf ist, ey. Machen wir den Schurkenspruch hier. Heikele Extraktionen sind mir nicht fremd. Oh Mann, ey. Ja, Mann. Ja, cool, ey. Alter, was er ein Schnacker ist, ne? Und er hat direkt Level abgekriegt. Also auch so ein Siegelkreis, Wegpunkt. Okay, da kann man bestimmt irgendwann mal hin porten. Wir machen mal direkt Stufenaufstieg bei ihm. Auch Stufe 2. So, sehr gut. Entscheidung auch noch stehend, okay. Okay, okay, okay. Für was muss er sich denn entscheiden? Zwei Zauber erhalten. Okay, das können wir auswählen, das ist gut. Brennende Hände ist, glaube ich, eher im Nahkampf. Schallkampf. Chromatische Kugel. Die Schallschaden bewirkt. Sprühende Farben, ne? Das ist so oldschool, oder? Baldur's Gate 1. Sprühende Farben. Alter, magisches Geschoss. Wir haben alle, ich glaube, wir haben bald alle diese Verkleidung. Wir könnten alle als Orks rumlaufen, oder sowas. Schutz vor Gut und Böse. Strahl der Übelkeit, auch gut. Ja, ich mache erstmal ganz simpel hier. Also, einmal dieses und einmal, ähm, das magische Geschoss nehmen wir auch nochmal mit rein. Zack und zack. Zwei Sachen. So, Zauber vorbereiten. Ja, das lassen wir erstmal alles so, wie es ist. Erstmal klarkommen mit ihm. Schwing. Wham. Okay. 14 Leben, 17 Leben bei ihm hier. Er hat hier immer kein Gesicht. Liegt das an dem, an dem Item? Bestimmt, oder? Jetzt setzen wir nochmal hier den, den grünen Hut auf. Nö. Er hat einfach kein Gesicht gerade. Okay. So, ne, da können wir auch den komischen Helm wieder aufsetzen. Vielleicht müssen wir uns, äh, Gestalt verwandeln. Sie hat das auch. Und er hat es nicht. Kältestrahl. Kann ich die verschieben? Ne, kann ich nicht. Okay. Aber, so gut, soweit so gut. Ähm, ich gucke nochmal eben rein, was er so für Attribute hat. Geschicklichkeit, Konstitution, Int. Weisheit. Wait a minute, sehe ich das in der Übersicht? Charakterbogen. Charakterbogen. Ja, sehe ich hier in der Übersicht. Sehr gut. Magiker, Magier, Kleriker und Schurke. 17 in Geschicklichkeit, in Weisheit und er in Int. Okay, da haben wir da schon mal die Schwerpunkte. Das ist schon mal nicht so schlecht. Er ist mit am charismatischsten. Plus eins auf charismatische Geschicke. Okay, das ist schon mal wichtig. Geschicklichkeit. Und sie ist am stärksten zur Zeit. Gut, dass man das schon mal weiß, wie man die dann und für was man die dann einsetzt. Alrighty, jetzt sind wir schon zu dritt. Nicht schlecht. Ähm, hier geht es eben so ein bisschen runter. Wir gucken nochmal eben hier, ob es irgendwas gibt. Jetzt rennt er gerade vor. Wir lassen ihn mal wieder vorrennen. Okay, ist aber nicht wirklich was, ne? Morchel, Allah. Sehr schön. Salze aus Schurkenmorchel. Ausgezeichnet. Müssen wir mal gucken. Irgendwer, irgendwer muss doch hier noch einen auf Heiler machen oder sowas. Oder, oh, hier liegen wieder Sachen rum. Oder so Alchemisten mäßig, ne? Das gibt es doch bestimmt auch. Ui. Gobline liegen hier rum. Goblin Bogen. Eins bis sechs plus drei. Stichschaden. Vier bis neun. Kein Unterschied. Goblin Krummsäbel. Alter, was ist mit den Goblins hier? Wo kommt die her? Ach, die sind doch losgerannt. Die sind doch losgerannt. Als, ähm, die den Absturz gesehen haben. Eine Dornenfalle zerstört. Oh, wait. Jetzt ist er aber wieder... Sollen wir hier doch nochmal reingehen? Vielleicht gibt's ja hier noch irgendwas Interessantes. Ich hab ja so ein bisschen Schiss, ne? Ich sag's dir, ey. Gedankenschinder. Er ist verletzt. Hinder. Wir quatschen ihn an, Alter. Ja, äh, normal. Wieso, wieso? Ich mein, das ist halt irgendwie ein komischer Freak, aber... Dem Gefühl nachgeben, das ist falsch, zurücktreten. Nein, du sollst wütend sein, oder nicht? Mitleid. Dem Gefühl nachgeben. Ist es, wenn wir dem nachgeben, ist es durch diesen komischen Wurm initiiert? Und normalerweise sollten wir gar nicht ihm nachgeben? Aber was ist daran verkehrt? Ja, ja, jetzt geht's zu weit, Alter. Auf seine Gedanken konzentrieren. Alter, ist es so cool, ne? Ich liebe das mit den Würfeln. Bam. Kritisch, Alter. Schubing. Alter. Hau mal ab, Alter. Mit aller Kraft gegen seinen Eindring ankämpfen. Alter, der will sich von mir ernähren jetzt? Jetzt hau mal ab hier, ey. Jetzt geht es aber zu weit, ey. Hui. Glück gehabt. Alter. Alter. Die Monster lies exhausted, defeated. Its eyes wet orange pearls radiate malice. Diese Augen schön schließen. Tja, was machen wir, ey. Reine Bosheit aus. Oooooooookay. Oooooookay. Death is too good for it. Oooooookay. Huuuookay. Äh. Ja. Gibt's noch... Huch. Gibt's... Gibt's noch was zu looten? Sonst würde ich sagen, geht mal lieber. Wann hat sie jetzt wieder? Was haltet ihr von allem, was uns bisher widerfahren ist? Ja, hast du recht, ja. Ja. Hast ja recht. Wir waren ein bisschen langsam bisher. Komm, go, go. So, ist hier oben noch irgendwo was zu sehen? Irgendwie nicht so richtig, ne? Ne. Also, ich renne jetzt hier raus wieder. Und zwar hier oben. Oh, hier müssen wir, glaube ich, hüpfen. Über das Feuer. Nicht, dass wir Schaden kriegen. Schön rüber kraxeln. Springen. Ich habe etwas zu fragen. Du bist nicht erst in der Magie, oder? Ihr seid nicht immer wie gewandert. Äh, nö. Nein, es geht nicht darum, dass die unverletzt werden. Wenn du irgendwelche älteren Wissern treffen möchtest, lass mich wissen. Es geht darum, dass ich einen Wissern von einem Master zu sehen möchte. Also, der Helm macht mich fertig, ne? Der Helm macht mich fertig. Okay, sind alle drüber gehüpft. Und wir gehen vorsichtig weiter. Einmal kurz speichern wieder. Und wir erkunden das Ding hier. Können wir gar nicht. Okay. Verwenden kann ich auch nicht. Ne, gut. Dann lassen wir alles, wie es ist. Hier. Oh, wait. Hier ist noch ein anderer Weg. Siehst du, jetzt werden wir fast an dem Weg hier vorbei. Und hier ist auch noch irgendwo ein Weg. Alter Faller. Das ist aber hier verschachtelt und verzweigt. Wenn wir jetzt hier hochgehen. Da haben wir eine Schaufel. Aber hier ist noch eine Karre. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal gucken. Und irgendwelche besonderen Blumen. Alter, wie verzweigt das ist hier. Erdhaufen. Ja, nice, Alter. Da ist einfach eine Kiste verbuddelt. Grob fahrlässig. Okay. Ach, das ist die. Näh. Dann sind wir jetzt gleich schon zu viert. Die kommt doch bestimmt auch mit. Na, das ist natürlich perfekt. Aber was ist mit denen hier? Ob wir die überzeugen können? Entweder überzeugen oder vernichten, ne? Wir bringen es zum Hain. Die ist einfach hier in so eine Falle getappt, oder? Hier ist noch ein Pilz. Ja, wir rennen einfach mal rein hier, oder? Ja, speichern. Und dann einfach mal... Moinsen! Mirsans! Die drei Internationalen! Ja. Okay. Werdet sie los. Täuschen. Dieser Kreatur ist gefährlich. Ich kann es wieder versuchen mit Täuschen. Hat zuletzt ganz gut geklappt. Ich muss mal gucken, auf was Täuschen basiert. Ah, Charisma. Hm, okay. Überzeugen auch Charisma. Ich probiere es mal. Eine Zehn müssen wir hinkriegen. Ich müsste mehr einen Charisma geben. Ei, ei, ei. Komplett gescheitert. Ja, die ist total gefährlich und so Sachen. Hallo. Schießt sie runter. Wir müssen sie töten. Bevor sie Leid anrichten kann. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich mach mal. Komm, ne 5. Krieg ich ja wohl hin, oder? Easy. Ich hätte mich jetzt natürlich verkleiden können. Als einer von denen. Das wäre natürlich interessant, ne? Oh, ms. Tiefling angreifen. Sie angreifen. Tieflinge angreifen. Tieflinge angreifen. Gelogen. Ja, so ist das nun mal, wenn man schon mal irgendwie zusammen von so komischen Braineatern verfolgt wurde. Oder eingesperrt wurde. 65%ige Chance. Go. Oh, Alter, hat er direkt gekriegt, ey. Bäm, 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 bäm. Sie ist dran. Was kann sie machen? Lenkendes Geschoss war letztes Mal schon sehr gut. Vielleicht können wir einen schon komplett rausnehmen. Für beide 65%ige Chance, dass es gut trifft. Neun Schaden nur. Und jetzt ist der Mage, glaube ich, dran. Sie ist ja noch heile, oder? Ja. Sie sind alle noch bei Leben. Jetzt ist sie sogar schon dran. Alter, sie stürmt einfach los. Sie ist einfach komplett... Brutal drauf. Ich würde sie ja gehen lassen, ne? Indeed. Die haben doch bestimmt eine gewisse Immunität gegen Feuer. Donnerwoge 1 bis 16. Loll, das war komplett useless. Das war nur in dem... In dem Bereich vor der Nase. Kritischer Treffer. Nice. Kann ich mich irgendwie verstecken? Jetzt ist sie nochmal dran. Aber ich glaube, ich kann auch... Doch, sie kann nochmal lenken das Geschoss. Alter. Bester Spell. Alter, krass ist das Spell. Ja, Mann. Wir kriegen das schon hin. Reisen wir zusammen und suchen... Ihr seid doch beide fast gleiche Elfen, oder? Halb elf. Komm. Wieso rumzicken, Alter? Alter, abgefahren. Sehr, sehr nice. Wir sind zu viert. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Bei ihr jetzt. Taten Drang. Tut sich nicht viel, ne? Kämpfer. Okay. Perfekt. So, wir gucken nochmal kurz rein. So, wir gucken nochmal kurz rein. Schild. Schön mit dem Zweihänder. Andere Zweihandwaffen haben wir aber, glaube ich, noch nicht. Langschwert. Er hat vier bis dreizehn. Kurz, 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 Rapier und so weiter. Ich sollte vielleicht nochmal einen anderen Bogen oder eine Armbrust verteilen. Oh, sie hat sogar schon. Armbrust. Armbrust. Muss er aber doch nicht nehmen, ne? Er hat ja seinen Kampfstab. Hatte ich nicht noch einen Kampfstab? Null bis sieben haben die beide. Okay, beides wack. So. Sie hat den Kurzbogen. Ich habe auch den Kurzbogen. Vier bis neun. Zwei bis sieben. Vier bis neun. Okay, jetzt hat sie den Bogen. Das ist besser. Ich hoffe, sie kann den auch nutzen. Ja, ne? Okay. Das sieht doch alles im Großen und Ganzen ganz gut aus. Ich muss auf jeden Fall mal einen Händler finden, um ein paar Sachen zu verkaufen. Eine Fackel. Ähm, ich gebe ihr nochmal eine Fackel. Goblin-Krumm-Säbel. Vier bis neun. Beil. Schriftrollen, Schutz vor Gut und Böse. Das ist Erkleriker. Okay, ich glaube, damit sind wir durch. Haben wir alles. Gegenstände. Alle Gegenstände sortieren. Einmal schön sortiert. Toll. Alles durcheinander. Kann man es anders sortieren? Nach Typen. Ja, nach Typen ist besser. Nach Typen sortiert. Perfekt. Okay. So. Charaktermäßig. Ähm. Mensch halb elf. Tiefen-Gnom. Und Gif-Yanki. Ähm. Sie ist auf Stärke. Okay. Max Stärke 17. Das ist cool. Das müssen wir auf jeden Fall dann ausnutzen. Wir haben aber noch keinen, der richtig krass charismatisch ist. Und jetzt überlege ich natürlich, ob ich da noch reingehe. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Hätte ich da mal lieber meinen Int statt auf Int hier dann eher auf Charisma gegangen. Weil Int haben wir genug, Leute. Naja. Aber egal. Ah. Und ich habe noch gehadert, ey. Egal. Werden wir schon hinkriegen. Jetzt plündern wir hier erstmal nochmal ausgiebig. Und dann geht es weiter. Das sieht auch schon ganz gut. Und uh. Das sieht doch schon alles ganz gut aus wieder hier. Lederrüstung. Ich habe wohl das Paper. Und eine Möhre. Schön. Okay. Oh wait. Hier war ein Pilz. Kurzbogen auch noch. Nehmen wir auch noch mit. Pilz. Sehr schön. Alrighty. Ja. Sehr, 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 sehr cool. Wir sind zu viert. Direkt mal speichern. So muss das. Und es geht weiter. Irgendwo hört man hier schon. Theater. Da. Wir rennen mal hier hin. Oh. Guck mal da vorne. Die Goblins kommen. Die Goblins kommen. Schreien die. Keiner kommt rein. Die Goblins. Die Goblins werden auf uns. Die Goblins werden auf uns. Was ist passiert? Die Goblins sind auf unsere Seite. Open die Gäste. Jetzt. Jetzt. Du lässt die Goblins hier hin? Wo ist die Druid? Bitte. Da ist keine Zeit. Ooooooh! Oh, ein Geist! Alter. Alter, wer ist er denn hier? Was ein Auftritt. Voll gut. Okay. Alter, jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's einfach richtig ab. Wait a minute. Erstmal gucken, wo wir denn so hier sind, ey. Okay. Wir stehen doch hier oben noch irgendwo, oder? Wo waren wir denn? Hier hinten sind wir. Oh, wir sind hinter den Goblins. Oh, wie... Oh, Moment. Wie praktisch. Maybe. Moment, hier oben ist auch noch einer. Und da ist noch einer. Okay. Wir machen erstmal die nahegelegenen platt, bevor wir die Aufmerksamkeit der anderen kriegen. Ähm... Er könnte jetzt natürlich mit der Armbrust schießen. Killefit. Feuerpfeil. Nicht nochmal. Hexenpfeil. Hexenpfeil. 55-prozentige Chance. Fehlgeschlagen. Eieieiei, nicht gut, ey. Er geht schon mal ein bisschen weiter vor. Oh, Alter, was macht er denn für Sachen, ey. Ich muss erstmal hier oben klar machen. Also wir brauchen erstmal... Sehr schön. Wir brauchen erstmal einen freien Rücken. So. Schön verstecken. Kleiner Gnom. Und der nächste. Alter. Okay, sie ist dran. Was war immer gut? Lenkendes Geschoss war immer gut. Oh, dafür muss sie da hochkraxeln. Egal, macht sie. Nee, nicht genügend Punkte. Oh, nicht genügend Punkte dafür. Ich glaube, da geht auch nichts anderes. Wunden heilen. Brauchen wir zum Glück noch nicht. Hm. Da drauf. Ich schicke sie trotzdem mal hier rauf. 55-prozentige Chance. Bam. Yes. Hat doch geklappt. Alter, voll das Riesen... Der Worc. Okay, jetzt haben wir hier unsere Nahkämpferin. Die muss natürlich erstmal an die Front, ey. Hat die irgendwas mit Sprinten oder sowas? Hier, Spurt. Und rein da. Und sie kann sogar schubsen. Nein. Kommt nicht dran. Schade. Ähm... Tatendrang. Okay, jetzt hat sie nochmal Power, ne? Nicht genug Bewegung. Magie Hand. Schenkelschuss. Schenkelschuss. Okay. Auf 1,50 Meter. Oh, die Spur... Oh, okay. Die wollen da oben dran. Bam. Oh mein Gott, was war das? Das war Leichenexplosion. Das war Leichenexplosion. Alter. Das ist ja fies. Alter, das hat ihn richtig umgehauen. Vor allem ist die Leiche weg, Mann. Kann er was machen? Er kann... Er ist komplett benommen. Er hat auf jeden Fall einen an der Rübe. Okay, kriegen wir Feuerpfeil auf ihn hier. Yes. Vorbei mit Leichenexplosionen, Alter. Next. Alter, ist aber auch cool, ey. Zeit, die Kopfschmerzen. 16, 10. Die sind aber gut gerüstet. 16, 19 Leben. Ich schieße mal mit drauf. Voll in den Arsch geschossen. Kann er noch was machen? Nö. Oh, den habe ich... Oh, den habe ich... Der große hier ist ja... Oh. Okay, sie kann jetzt hier auch von hier oben was machen. In Position. Und jetzt könnte sie... Göttliche Führung, heilige Flamme. Oder einfach drauf schießen. 2 bis 9. Komm, gib ihm. Fail. Okay, sie kann. 65% hinterrücks. Alter, ich habe ihr... Habe ich ihr das Schwert genommen, oder was? Ich habe ihr das Schwert doch nicht genommen. Und stattdessen... Ich meine, 5 bis 11 ist jetzt nicht so schlecht gewesen, die Fackel als Waffe. Ist jetzt nicht so schlecht. Komm, ist jetzt nicht so schlecht gewesen. Ich dachte, sie nimmt das als... Als zweite Offhand. Oder weiß der Geier wie. Einfach weggekickt, Algen. Sehr geil. Oh, cool. Jawohl. Von allen Seiten. Uh. Ausgewichen. Ausgewichen. Er hat immer noch einen an der Rübe. Und wir schicken hier einen Feuerball raus. Ich hoffe nicht, dass ich die anderen hier treffe. Ignis, Alter. Ignis, Ignis, Ignis. Was ist mit dir? Kein Wunder, dass er in der Wand stecken geblieben ist, ey. Oh, auch fehlgeschlagen. Komm, ich schieße einfach da durch. Siehste, so geht das, Leute. Einfach easy peasy. Ausgezeichnet. Da durchschießen, Algen. Und so jetzt von oben, komm. Auch mit dem Pfeil. Ist ja auch nicht so einfach mit so einer Armbrust, Algen. Ist auch... Jetzt komm, Finishing Move. Bitte. Komm, ich schubs sie nochmal. Einfach weggekickt. Kommt alle rein jetzt. Alter, da wurde einfach einer erschossen oben. Wie unangenehm, ey. Wie unangenehm. So, die sind alle immer noch... Die waren alle immer noch so ein bisschen, äh... Am hin und her torkeln. Aber wir haben keinen Schaden bekommen. Das war schon mal richtig gut, ey. Jetzt alles looten, was wir kriegen können. Alles mitnehmen. Zap, zap, zap. Hier oben liegt auch noch einer rum. Eins, zwei, drei. Was zur Hölle war das? Was war das? Ritualstab. Alter, das war sehr uncool. Bessere Handschuhe. Und hier war noch einer. Oh, das hat aber gut reingehauen, ey. Jetzt müssen sie alle wieder... Jetzt müssen sie alle wieder geheilt werden. Apropos heilen. Kann sie nicht mal eben hier ein bisschen rumkleriken? Zauberstufe eins. Nope. Erkale Erholung. Sie hat sowas. Hat sie sich hier jetzt selbst geheilt? Nicht schlecht. Okay, wir gehen rein. Abgefahren. Also wirklich, wirklich wild. Sonst alles leer, alles leer, alles leer. Goblin Spurenlaser. Den haben wir vergessen. Ah, der hatte noch einen fetten Jam dabei. So. Yo, jetzt sind wir soweit. Jetzt noch mal auf, bitte. Jetzt sind wir wirklich soweit. Danke. Alter, abgefahren. Tja, und was uns hier in der City erwartet, sehen wir beim nächsten Mal. Von daher, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin. 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 Bis dahin.